Es heißt immer, Deutschland ist ein reiches Land. Und weil wir so reich sind, müssen wir mit den armen Ländern teilen. Erst neulich hat Außenministerin Baerbock 77 Millionen Euro für Moldawien versprochen. Ein reiches Land mag Deutschland sein, aber seine Bürger sind es nicht. Nach einer aktuellen Umfrage des Insa-Instituts kommen 36 Prozent der Deutschen mit ihrem Einkommen nicht mehr aus. Die Lage war schon vorher nicht gut. Heute schnüren Inflation und Energiepreise vielen Menschen die finanzielle Luft ab. Man sieht das an den Lebensmitteltafeln, die in Deutschland von über 60.000 Freiwilligen organisiert werden. Die Tafeln platzen aus allen Nähten. Zuletzt mussten einige Tafeln sogar Aufnahmestopps für neue, Bedürftige verhängen. Die Politik macht es sich hier sehr einfach. Einerseits holt sie neue Migranten ins Land, andererseits schicken Sozialämter und Behörden diese Leute dann einfach weiter zu den Lebensmitteltafeln. Eine verkehrte Welt, in der die Verursacher einer Krise die Folgen einfach bei privaten Freiwilligen abladen. Oder nehmen wir die gesetzlichen Krankenkassen. Es tauchen jetzt vermehrt ukrainische Roma-Familien auf. In einem Fall übrigens sogar mit 84 Mitgliedern, die sofort ins Hartz-IV-System übernommen werden und dadurch auch in die Krankenkassen. Die haben aber bereits jetzt ein Defizit von 17 Milliarden Euro. Wer soll das alles bezahlen? Die Regierung geht offenbar davon aus, dass es unbegrenzte Mittel für alles gibt und dass nur die richtige Verteilung ein Problem ist. Wir leben aber nicht in einer linken Traumwelt, sondern in der Wirklichkeit und in der Wirklichkeit gibt es keine unbegrenzten Mittel. Und das Geld kommt auch nicht einfach aus dem Geldautomaten. Tatsache ist leider, dass wir einen Kuchen haben, der nicht größer wird. Größer wird nur die Anzahl der Esser und deshalb wird das Kuchenstück für jeden kleiner. Das ist die traurige Wahrheit, die auch unsere Grundschüler verstehen. Nicht aber unsere Regierung. Wir stehen also vor dem Phänomen, dass in einem reichen Land immer mehr Leute nicht mehr mit ihrem Einkommen auskommen, während wir gleichzeitig Geld mit vollen Händen an die ganze Welt verschenken. Die Regierung hat das eigene Volk komplett aus den Augen verloren und es ist hier obendrein auch egal. Diese Regierung macht inländerfeindliche Politik. Sie gehört abgewählt, solange noch Zeit dafür ist. Seht ihr das genauso? Dann drückt gerne Gefällt mir und folgt mir für weitere Videos. Euer René Springer